hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play lego indiana jones das komplette abenteuer oder wie auch immer das heißt ich kann es nie lernen glaube ich ja wir sind hier versammelt um gemeinsam hier weiter die schätze zu suchen und die bundeslade zu öffnen genau und zwar mit dem daniel und der lily das ist ein hund was nämlich anders ist eine sie ist eine hündin so wir machen wieder ein free-to-play hier ja 1 1 free to play lego gibt es ja sogar bei indiana jones lego minifigures heißt es dann online figures figures ja der mikropenis nein wir fangen jetzt an so niveau ja du drückst auch okay so verdammt es jetzt macht es wird mein mikrofon antatschen mikro-penis das heißt dass mich vor der verkehren ist nun ist es kastriert was machst du immer noch Geld sammeln nix das Haus so blöd fünf fünf Prozent darum ist was das ist ja auch gut in der geht fahrer 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 das ist sehr die man die gleiche Musik ich kann springen ich kann nicht bringen mit dem abtum in schien zu sagen schweißer ins Wasser ich will mich rückwärts ist es die Welt wird und zampfen und jams es wird anbauen im mond der mann im mund zu haben ach komm das ist ich würde mich woanders entstellen ja es war ein bisschen sich darauf stellen mache ich sogar auch gar da das egal dass u-boot getaucht wäre aber sehr unlogisch gewesen aber dann nicht weitergekommen werden ja das ist die solle doch logisch gewesen für das wenn ich weiterkommen das wäre logisch gewesen aber das habe ich so irgendwie das ding mit rübergebracht was für ein ding doch ach so das ist schon auf geburt ja guter mann ich habe meine hälfte geschaut kann in dem fall ist leider nicht sagen weil der bildschirm leider hier nicht geteilt wird zweifel zweifel zweifelst du teifelst noch mal warte warte ja hallo erst mal ja nö ich bin davon mitgelegen jetzt gut ihnen sie hat mir ein zentrum Luxus ist er wäre gut zählen da war ich auch da haben wir schon gehört echt stimmt so können man ihn wollen mann immerhin mann immerhin mann immerhin weißt du noch die litz und so er ist doch jetzt hier geht wohl von war also du gut war ich wohlfahre du schwimmen mich schieben finde ich so eigentlich so aber jetzt gehen wir wieder raus hier ja ja dann geh halt raus ja kommst du raus ich kann nicht springen warum denn nicht weil ich in die anderen jones bin sieht aus wie so ein wrestling move wenn er so springt schau so ja aber er stützt sich dann letzte sekunde ab das machen viele echt ich dachte die klatsche immer alle so auf dem boden ach so dass du ich dachte ja nicht nicht mal schon guck mal wir haben aneinander vorbeigereitet die schnelle bein beinarbeit von der dame kann übrigens auch tauchen mit b ja das können wir das ist richtig habe ich irgendwann mal rausgefunden ja ich bin lustig was im spiel ich überhaupt nicht verwendet wird ist dann normalerweise wenn die sachen wenn man sie hat dann auch okay rückenschwimmen ist geil rückenschwimmen wow ja auch ein schöner rückenschwimmer kann entzücken eigentlich heißt es auch ein schöner Rücken kann entzücken aber ein schöner Rücken kann auch entzücken in der teile ja das ist es wegen dem Reim ein bisschen besser ja kannst du dir einen guten Reim drauf machen Reim, 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 lass das lieber mal sagen was? Forderst du mich heraus? zu einem Reim-Battle? ne wir kriegen immer den wir das ist der einzige kleine den wir haben nein wir haben schon mehrere wow hier gibt es ja wahnsinn ja schau die ist ja auch klein oder short round oder wieder short round oh da oben alter was gibt es denn da oben was? da gibt es money da kommen wir aber hin wenn wir die story weitermachen ja ach ich habe Maschinengewehr jetzt in der tat ist hier noch irgendwas? ne hier gibt es nichts mehr außer ein paar Sachen die wir kommen können was es wieder Münzen bringt wie viel Münzen habe ich insgesamt? stillest du da? ne ich stehe nicht da wir hatten etwas über 200.000 oh ho 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 wenn wir alle Level durch haben haben wir wahrscheinlich gerade so die Millionen erreicht und können den ganzen roten Steine nicht kaufen das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen wir kriegen ca. 100.000 pro Level ja gut dann dann schaffen wir es vielleicht doch noch vorher ja bloß im letzten nicht weil da war ne es gab Argumente ich glaube wir müssen mit dem Ding drauf ballern Argumented Reality ja da fehlt uns noch ein zweites Teil in der tat wo gab es denn das? ich weiß es nicht fahren wir erstmal die Brücke aus wow ähm wir müssen da irgendwie hoch kommen wir brauchen die Kurbel die Kurbel ist ja sogar da hä? ihr habt doch B gedrückt gehabt ja dann musst du erstmal gehen wir auf die andere Seite rüber und dann schiebe ich die meine Güte ich hatte doch B gedrückt dann kurbel ich dich rüber ja da hast du es nicht richtig gedrückt ja da hat der Peitscher ausge... der Peitscher ist schuld hallo hallo ja wenn du neben der Leiter springst wirst du wohl nicht hoch kommst ja ich rutsch ja immer neben die andere Charakter ist so der Tipp ja siehste siehste Frauen sind im Spiel einfach ein bisschen overpowered das haben wir schon rausgefunden jetzt mal wieder länger dauert jetzt müssen wir so Fahrstuhlmusik einblenden das ist nicht so typische Fahrstuhlmusik genau das ist typische Fahrstuhlmusik da ah ich darf auch auch wie nett von dir sehr nett von dir so ich warte dann mal du hast du gesehen wie gerade die Treppe hochgekommen bin ah ja hier gab es auch noch ein paar so Spießgesellen wir haben jetzt mit der Schaufel des Todes niedergemesselt aber hier hätten wir jetzt die Mütze bekommen glaube ich wenn der wieder da rüber gegangen sind das ist richtig wir können hier auch ja genau ich mach das schon du musst ja eine Frau machen sonst wird das hier nicht gemacht ja aber die Sprungpassagen ist da sonst alles verloren ich brauch vor allem eine Brücke die Brücke ist auf dem Weg mach mir eine Brücke du Sklave naja wir werden schon sehen wer hier der Sklave ist schau mal deine Handschellen an hä? ok ich hab ja noch einen anderen Part geklärt dass du gerne gehen kannst wenn du deine Handschellen lösen kannst ach so so Feuer das war nicht Feuer das war nicht Feuer das war Wasser nicht Feuer aber nah dran die Klappe übrigens auch ein sehr altes Steuerungselement da was da auf dem Boot drauf ist kenne ich auch noch das gab es damals bei den Lego Modellen dazu ja genau close enough yeah close enough so nicht waschen nicht waschen waschen ist böse close close enough jawohl bis nach oben bis zur Endlichkeit noch viel weiter jawohl und da ist das Ding oben da ist das Ding oh ok das ist so super wie die dann 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 jetzt lass doch mal die Dame klettern am Ende fallen wir beide runter so endet es dann immer mit uns ah schlimm war auch dieses Fahrzeuglevel wo man Fahrzeug oh ich glaube das nächste Level ist das gleich oder weißt du wie ich meine da wo auch so richtig versagt haben das ist dieses nochmal zurück ne das ist im nächsten Film erst das ist im dritten Film ja ja stimmt das ist im dritten Film das ist im dritten Film das ist im dritten Film aber das war auch richtig nervig dieses Fahrzeug ja bisschen boah Ausweichmanöver sie hat auf einmal eine Waffe so dann müssen wir da durch das ist hier ist schon wieder so dieses Problem dass man nicht weiß warum ich glaube wir müssen aber rechts weiter da da müssen wir eigentlich weiter glaube ich ähm wir müssen da drüber springen oder so ich weiß nicht gehen wir erstmal da hinten rein oder da hinten rein ja gerne erstmal hinten rein so einmal aufmachen bitte und dann gehen wir auch da gleich durch da 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 wo schade das war doch schon das aaaaaa wer kann denn sowas ahnen ja wir machen sowas ey wie viel fehlen uns denn noch ja ich glaube ich dass wir ich schätze mal zwei Schätze werden da gewesen sein ja vermutlich ja gut vermutlich aber da können wir ja schnell hingehen nochmal das geht ja alles flott flott oder fix fachse 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 das war nicht der Wurst der müsste der Sagen mal wo der hin muss naja fachse fachse ich würde sagen fachse 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 v vielleicht muito thick es ist ein lles Publikum das heißt bewusst so auf einmal jetzt nicht geteleportiert ohne witz der kerl hat sich gerade weg teleportiert oh mein gott vielleicht mach das ja noch mal kommst du her bitte? ja gleich ich habe hier gerade noch ein Minifit zum ausgraben wofür ich sogar einen blauen Stein bekomme weil wir den schon ausgegraben haben du Schlaumer im Gegenteil zu dem hier das hatten wir noch nicht richtig da gut dass du es gefunden hast lieber denn und mit 10.000 auch noch richtig nicht weglaufen er macht hier die ganze arbeit richtig nur du ganz alleine richtig tischisch ein richtig ein reistisch so da kann man es dran hängen dann können wir darüber springen da bauen wir Indie ja dann machen wir Indie wollten wir schon wie ich das Indie Tat umsetzen kann so der hat auch eine feitsche aber das ist Indie das ist ja Indie Indianer indianer nicht indianer sondern indianer ich weiß was bringt es uns hier oben zu sein ja da müssen wir später hin der Typ ist ja ganz woanders gewesen ganz woanders ganz am anderen da ist der Typ nämlich da kriegen wir den da ich wollte erstmal den leichten den leichten unfassbar ja unfassbar so du musst du hä was was müssen wir aufgebaut werden erstmal eine Fassrolle hier ist ah hier ist das Zeug das habe ich gar nicht gesehen da muss der Sarg hin da muss der Sarg hin erstmal graben ja dann grab doch ja dann musst du du das geht ja nicht wir können es ja nicht aufteilen das wird ein Fahrzeug aus dem Film aufzusehen ja die Film stimmt 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 ich erinnere mich warte ich will jetzt mal das Boot doch vorteil habe ich mich noch mal angeschaut haben vor kurzem so und weg ey auf mir den Weg frei wir machen den Weg frei wir machen den Weg frei wir machen den Weg frei wenn du sonst keine Sorgen hast einmal fragen ob sie mit dir gehen wird doch ja naja 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 wer hat das hier schon wieder aufgebaut der Koffer gar nicht ran schlimm die Kamera die Karma nein nein der Karma nein Junge steck den Prügel ein die du verdienst ja genau Steck Lenz Prügel ein verstanden weg mit dir aber 5000 habe ich gerade verloren egal trotzdem viel zu viel nein nein ja ich musste noch sag mal dein Ding gerade zu kurz wo hängst du da ich möchte mich auch mit ranhängen ja du möchtest dann bitte auf die Plattform da oben was waren das ach der hat ja geworfen deswegen sind alle gestorben möchtest bitte auf die Plattform geh bitte die Leiter hoch äh der der Gegner und so ja und jetzt auf die Plattform rüber ja ich muss erst einen anderen Charakter wählen dann geh halt sie hat gesehen wie sie gekämpft hat ne ach das sagen wir so wie man sich vorstellt dass Frauen kämpfen ich sag dir vorstellt nicht dass es so ist sondern wie man sich vorurteilsvoll vorstellen würde so hat sie gekämpft genau wie es in Hollywoods Filmen gezeigt wird genau so damals in den 70ern ja so aber das ist echt gerade bevor es Black Widow gab genau Alter dieser die hatte ja den Bogen raus mhm Entschuldigung hä ne ne hau kein weiter mit dem Bogen hau kein weiter mit dem Bogen ja den Bogen bei Black Widow raus Black Widow mochte den mit dem Bogen mhm weg mit dir dich mögen wir nicht den haben wir übrigens auch als Charakter gerade dabei haben wir gefunden noch gewundert welcher Kopf das ist geschafft ja fehlt uns ein bissl was glaubt dass er uns im letzten abschnitt auch irgendwas noch gefehlt hat aber eigentlich haben wir eigentlich stimmt keine ahnung lass es uns herausfinden im ersten abschnitt hat uns was gefehlt und dann in dem abschnitt ja das sehe ich auch so wir machen es gleich nochmal wie viel haben wir denn wie viel wir haben ja wie viel wir haben 55,65 haben wir also 5 fehlen uns noch im ersten und uns fehlt der Post im letzten der Post der Postkasten meinst du der Postkasten ja damit kann man viel posten mhm auf Facebook später Google Plus was weiß ich was noch alles gibt Instagram Instagram das ist ja sowieso das coolste MySpace ICQ MSN so noch ein paar Sachen die es nicht mehr gibt SchülerVZ Lokalisten nicht Lokalisten aber die gibt es teilweise sogar noch also Lokalisten gibt es glaube ich sogar noch ich bin ein Lokalist ich bin ein sogar in Farbe kennt ihr noch Lokalisten seid ihr so wie wir noch bei Lokalisten angemeldet ach Gott ich glaube es kennt heute keiner mehr Lokalisten kennt ihr Lokalisten schreibt es in die Kommentare ich glaube ich habe meine alle gelöscht die Lokalisten ich bin ich hab kurz wieder mal vorbeigeschaut war sehr amüsant ja es ist mittlerweile eine Dating Website geworden für vor sieben Fans ich glaube vor sieben hat es gekauft ja wenn ich mich recht erinnere ich schätze mal hier wird immer noch was sein Boah Ausweichmanöver Boah bist du Hardcore weißt du dass wir echt mit dem Tauchen mal was machen müssen mhm das sieht man so schlecht wo man dort taucht ich glaube nicht dass da noch irgendwo was auftaucht hahaha schön dass du so viel Freude daran hast ich weiß ich bin ein sehr freudiger Mensch ok ähm jetzt müssen wir wieder die Schiebetour machen oder ja ne da ist echt nichts mehr glaube ich Schiebetour aber 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 Entschuldigung und meinst meiner kann ich einfach nicht anders nach jetzt schneller ab dass sie bitte schneller werden und 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 aber aber auch an und 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 daher ich hatte die blauen Münze gesehen er darf haben wir komplett die diese blaue mit hast du die blaue münze ich habe sie sogar eingesammelt mein gott das ist so ein player ein let's player 321 der ist nur sehr gleich let's player naja naja vielleicht kann man die flasche let's play let's play das kam aber ich muss bringe ich mal leute am strand gespielt deswegen eigentlich war es der player eigentlich heißt der let's play ja man kann die lampen das ist ein tolles neues format beach volleyball heißt ab sofort let's play ja so jetzt haben wir vier lampen zerschossen und das bringt uns nichts der todesstern ist das schon so aus es ist der todesstern nein es ist bloß so gut von vorne es ist der todesstern warum musstest du meine es ist der zeppelin den wir später sehen das ist das so gut das soll so gut sind zeppelin ist in den drei jahren würde eine ganz andere form komm her es ist nicht so dick wenn das so ist dann ist doch so ja wenn der länder so sagt dann kennt sich da aus das ist so blöd man kann nicht also ich hab's damals geschafft ja irgendwann schafft man es dann plötzlich jetzt darfst du auch mal schießen die letzten zwei mal geschossen auch mal rum spritzen mit der kanone die wasser schießt das war bei harry potter schon wieder schrecklich zweideutig alter schießt noch nicht zurück das ding hat zurück geschossen wie ich ja das ist die erste seite du könntest aufhören nicht gedrückt halten doch man nein schau was hast du gesehen was du getan hast ja was er getan hat was er getan hat was er getan hat was er was hat er ins wasser getan wir haben aber gar nicht mehr schlecht mit dem was er oder wir haben eine neue kategorie von wortspielen erfunden das so schön kategorie also kategorie eine kategorie die pränkische kategorie der wortlitzel oh ne dann sind wir schon wieder hier also hier muss man aufpassen hier gibt es einen post hier gibt es drei also post gibt es auf jeden fall ich tippe mal auf zwei gewinnen oder es gibt noch einen riesigen bereich da hinten ey jungs ah 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 böserböser nicht mich erschießen das war doch da wo man die drei ach ne da ist der riesige bereich ja da hinten ist noch ein riesiger bereich da ist auf jeden fall sehe ich da schon eine Rätsel ein riesiger bereich danke dass du mein Bildschirm angespuckt hast hab ich doch gar nicht sowohl du hast jetzt immer lügen Junge du hast gerade rumge- Lügenbursche also das ist ja wohl ne frechheit hier eine Unterstellung im schlimmsten Grades jetzt bleib mir mit deinem Rohr mit deiner Rohrbombe fern das ist keine Rohrbombe wir müssen irgendwie da oben hinkommen und da mit uns rüberschwenken das ist ne Handgranade egal da kommen wir da nicht durch Chef so funktioniert das nicht aber so in der Tat so einmal darüber einmal darüber einmal da geht es sogar auch lang echt ja weil wir in der nächsten Part was denn ich finde bloß nicht den richtigen Charakter warte da ist er weil wir nämlich im nächsten Part die äh die Raketenwerfer bekommen um diese Tür aufzumachen ah also hier sehr gut wow wie viele guck dir das an was lauter Mäuchelmorde mit dem Indianer ja links war hier auch noch was außer Gestrüpp und hier ist noch ne weiter ah hier gibts wieder die Sprungpferde uiihihi sag ich doch hast du gehört ja ja du bist ein tolles Pferdlein danke hab ich das schon mal gesagt danke 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 ja wer graben wir denn da aus ja wer bist denn du haha ich hab's geholt wow flieg nicht auf die Nase weißt du sogar wo ich hin muss komm mal mit komm mal mit komm mal mit dein ja dann schießen mach es halt kaputt weißt du was da rauskommt weißt du was das für ein Tanker ist das ist ein Galle Tanker hä da ist scheiße dran das ist aber Gülle und nicht Galle das sag ich doch Gülle hab ich doch gesagt Mensch Entschuldigung Penis und jetzt komplett kaputt machen Explosionen er hat nicht hingeschaut er hat nicht hingeschaut er hat nicht hingeschaut Maha ja nur coole Männer schauen die Explosion nicht an so machen wir hier auf er hätte auch noch auf der Seite rüber gehen können ich glaube hier waren wir aber nicht ne hier waren wir nicht da drin ist auch noch ein Minikid ja und irgendwo muss dieses rote sein das verstehe ich noch nicht wo kommen wir rein dahin da ah da ah das kann man auch gleich übersehen oh guck mal Billiard lass uns Billiard spielen willst du mit mir Billiard spielen willst du was hast du gerade gemacht also war uns du hast den Kuchen kaputt gemacht nein doch das kannst du doch nicht machen so was doch wenn ihr könnt ihr könnt ihr Nazis ja gar kein Kuchen mehr essen oh nein und ja gar keine Freude mehr im Leben so ey sie ah hier kann es mit Disco hier kann bestimmt irgendwie Disco Modus machen oh die Frage ist nur wie du kannst auf den die Tische kaputt machen aber vielleicht können wir alle Tische kaputt machen ich würde zu gern den Disco Modus aktivieren alles bei den großen kann man sich auch noch nicht alles aber Geld ja Geld aber ne gib ich anscheinend doch kein Disco Modus Geld aber ne schade so wer kann reparieren dieses mal ist es First Mate ähm reparieren kann man da einfach drauf schießen ah ne da geht dann die Tür auf da wo ist denn das rote ist das im ersten Bereich das rote Ding das wäre unmöglich im ersten Bereich haben wir alles lass mich erstmal das hier wegfahren was ist da eigentlich dran ah da ist nichts mehr dran jetzt hab ich das mal weggefahren ne jetzt nehm ich den Schlauen oder die schlaue Dame ich nehm Elsa 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 Beste Irgendwer meinte wenn du singst kann man auch Glas zersprengen oder so ah das ist noch gar nicht das ah das ist warte 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 da müssen wir irgendwas rätseln wir müssen mal 8 draus machen oder ne 7 äh das ist die Frage das ist ein trickier Rätsel ja aber man kann nichts ändern jaaa irgendwie kann man bestimmt was ändern die Frage ist nur wie hm hm wie man dagegen fährt mit viel Power vielleicht lass uns erstmal da reingehen ok oh Len wirklich nicht Fahr das scheiß Ding da wieder raus würd ich gern ey wenn ihr das echt nicht reinkönnen wollt boah boah ehrlich war oooh maaaane lass es doch einfach dies geht doch ich hab nichts gesagt geht doch siehste alles easy peasy ah da ist der rote Kasten wird wahrscheinlich die Post hier zu finden sein ne nein wirklich das ist ein Rätsel echt ja müssen wir rätseln sehr schweres Rätsel von einer Seite zur anderen schieben das war es noch nicht oder wir müssen sie wieder zurückschieben was haben diese Dinger auf der anderen Seite zu suchen nein wir müssen drauf wir müssen drauf springen und uns runter schieben ja jetzt wahrscheinlich oder oah was für Rätsel oh mein Gott hä ich frage mich achso jetzt bauen wir eine Treppe wahrscheinlich dass wir das Ding nach oben bringen können ich nehm das schon na dann kann man da nicht hochgehen Gott sei dank nicht wieder stufen geht schon geht schon geht schon haben wir Angst bekommen schon gedacht das war schon wieder mit uns schon wieder alles verloren ja uns wird noch nicht gesagt was es ist nein das wird uns erst wieder gesagt da ist eine noch das ist eine was da im Nebenraum ist das ist eine oder keine das ist eine 7 was wollen die uns mitteilen mit dieser 7 mit einer anderen Frau gehe ich lieber in den Bauch vielleicht kann man hier irgendwo eine 7 einstellen aah da oben aah dafür war das da aah oh gar nicht mal so blöd wieso das haben wir doch auch geschafft ja da hat man nämlich damals was haben wir da gemacht die 4 aber jetzt müssen wir die 7 einstellen oh mein Gott ist das ok es ist ok es ist ok wirklich ok und dafür haben wir ja die hä ne ne warte mal den den brauchen wir auf jeden Fall den da in der Ecke gerne deswegen schieben wir den da schon mal so hin deswegen schieben wir den da schon mal so hin so und du musst jetzt noch links oben das ist doch schon eine 7 so das ist so eine gebogene 7 wow so much rätsel party haben wir es doch mal sogar selber hingebracht ich bin erstaunt aber einfach safe und haus ja hätte ich gesagt oder den bosskopf habt ihr ja vorhin schon gesehen den brauchen wir ja nicht zwei mal zeigen so save and exit wir können auch save ohne exit wir können auch save und ohne exit wir können auch save ohne exit Artefackdetektor jawoll Artefackdetektor das sind die mini-kits das sind die mini-kids schauen wir mal wie viel er kostet verdammt weil der wäre glaube ich sogar wichtiger eigentlich als der ist der kostet bestimmt paar millionen doch waren alle drachen bursche rechnen zu einem höheren preisen ja hier hier musste im höheren preis rechnen das spiel rechnet damit damit rechnest du nicht opening die arche jetzt kommt aber kann man wieder den kurs ist interessieren jetzt ein bisschen rumschreiben wie viel es kostet und dann können wir den part auch beenden oh mein gott was zur hölle fick dich doch wer macht denn sowas rechts unten da nachdem was fehlt ok ok musste sein sorry machen wir ihn gleich noch an oder aktivieren wir den wir wissen sind wir nicht so wie seine artefaktdetektor so 69,5 prozent haben wir, nicht schlecht, wir wünschen euch eine wunderbare zeit und möge Mit euch sein. Servus. Jetzt liegt die Wahl bei dir. Möge die Macht mit dir sein. Ja, das klickt sich nicht von alleine an, mein Freund. Also musst du schon was machen. Ey, ich sag dir, wenn du nicht klickst, ne? Dann hol dich der Lenn 16. Dann ist echt Schluss mit lustig. Na komm. Ist nicht so schwer. Na ne, also da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Jetzt ist die Endcard vorbei. Tschüss.